Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wollen wir die Spannung nicht weiter auf die Spitze treiben. Habemus Episkopum. Wir haben einen neuen Diözesanbischof. Und er trägt den Namen unseres Bistumspatrons und dieser Kathedrale, den Namen des Heiligen Georg. Nach einer Sedisvakanz des bischöflichen Stuhles von Limburg seit dem 26. März 2014 hat unser Heiliger Vater Papst Franziskus den Generalvikar des Bischofs von Trier, Monsignore Dr. Georg Betzing, nach vorheriger Wahl durch das Limburger Domkapitel mit dem heutigen Datum, dem 1. Juli 2016, zum neuen Bischof von Limburg ernannt. Deo gratias! Applaus Mit der heutigen Ernennung unseres neuen Bischofs Dr. Georg Betzing und mit seiner Weihe und Amtseinführung wird die Geschichte unseres Bistums Limburg fortgeschrieben. Der Termin für die Bischofsweihe und Amtsübergabe steht noch nicht fest. Als Bistum dürfen wir dankbar sein für unseren neuen Bischof. Dr. Georg Betzing ist unserem Bistum nicht fremd. Als guter Nachbar ist er vielen von uns bekannt und auch verbunden. Unser neuer Bischof wuchs auf in einer gut katholischen und sehr musikalischen Familie. Wir dürfen gespannt sein, wann er sich zum ersten Mal den Schlüssel zu unserer Domorgel ausleiht. Das war die Bistum nicht fremd. Das war die Bistum nicht fremd.